Software wird ja schon ewig nicht mehr einfach nur gecodet. Zugegeben, einige Projekte starten so und einige Projekte sind so auch recht gut geworden. Aber mittlerweile sind die Projekte einfach in Dimensionen gekommen, die jenseits davon sind, dass eine Person alles alleine überschauen könnte. Dazu kommt, dass natürlich eine Person auch echt nicht so ohne weiteres alles alleine machen kann. Man braucht bei dieser riesigen Arbeitsbewältigung einfach auch ein Teamwork, denn Software ist so komplex wie nie zuvor. Ein weiterer wichtiger Faktor, wir wissen, wenn wir Software schreiben, oft noch gar nicht, wo es genau hingeht, weil wir häufig für Kunden arbeiten und denen fällt dann häufig irgendwann später erst ein Feature ein oder man überlegt es sich, während man gerade dabei ist, es zu schreiben. Alles im Vorfeld zu definieren ist fast unmöglich, aber auch gar nicht nötig. Es ist sogar einfacher, die Sachen nach und nach rein zu integrieren. Um all diese und noch deutlich mehr Probleme in den Griff zu bekommen, entwickelte sich Software Engineering. Dann kamen Agile Development und DevOps. Tja, und im Jahr 2022 definiert die Software-Branche nicht nur für sich selbst neue Maßstäbe. Mittlerweile arbeiten auch wahnsinnig viele Teams Agile und mit DevOps, ohne auch nur irgendwas mit Development und Operations zu tun zu haben. Eigentlich zumindest. Hört sich paradox an, aber die Software-Entwicklung hat einen gewaltigen Einfluss mit ihren Ideen auf alle Branchen mittlerweile. Und das ist auch gut so. Aber genug davon. In welche Richtung entwickeln wir uns denn gerade eigentlich weiter? Wir kommen von kein Problem. Ich schreibe mal ganz kurz hier Software ab. Das war ganz, ganz früher. Bis hin zu dicken Schinken an Büchern, um zu definieren, was immer gemacht werden sollte. Wirklich alles definieren wollten. Hin zu Agile, wo wir vor ein paar Jahren waren. Das war im Vergleich zu den riesigen Schinken kaum mehr als ein Flyer, muss man sagen. Eine Sache möchte ich allerdings zu Beginn gleich definieren. DevOps war erst der Anfang. DevSecOps wird aktuell immer wichtiger. Das ist ein Modell, wo direkt auch Sicherheit in die Entwicklung mit einbezogen wird. Cyber Security Trends hatten wir uns ja schon separat angesehen. Und ja, das Wichtigste, was man hier mitnehmen sollte, wer keine Security hat, wird eine umso dringender brauchen. DevSecOps ist dafür der logische nächste Schritt für die Entwicklung von Software. Aber auch DevML Ops für Machine Learning gibt es, natürlich. Irgendwann haben wir dann vielleicht sowas wie DevSecMLIoTXXYZ Ops oder sowas, I guess. Aber wo ich so drüber nachdenke, in manchen Fällen würde das sogar Sinn machen. Aber gut. 2022, wenn ihr mich fragt, wird auch noch deutlich mehr Cloud-Jahr, als das die Jahre davor der Fall war. Die Firmen, aber auch Start-ups und Regierungen hosten ihre Infrastruktur gar nicht mehr selbst, sondern verschieben sich komplett in die Cloud. Cloud ist ein extrem weiter Begriff, der von AWS für viele sogar bis hin zu dezentralen Apps auf einer Blockchain reicht. Es gibt einige Studien, die in Blockchain-basierten Apps sogar den größten neuen Markt sehen. Wobei das vielleicht auch gerade ein bisschen mit dem Metaverse zusammenhängt. Weiß nicht. Ob das rein finanziell motiviert ist oder sich Blockchain als dezentraler Speicher zum Beispiel durchsetzen kann, das werden wir wohl noch sehen. Gerade aber auch für die Integration von KI ist Cloud fast schon unverzichtbar. Oder wer von euch hat gerade mal so acht Grafikkarten zu Hause, die er für das Training seiner KI nutzen kann und die jeweils mehrere tausend Euro kosten? Da ist es dann schon angenehm, wenn man sich je nach Bedarf einfach seine Leistung in der Cloud absolut dynamisch dazu buchen kann. Wenn man halt mal gerade mehr braucht, weil man einen neuen Trainingslauf hat, bucht man sich ansonsten, lässt man es. Auch was die Latenzen angeht, ist das deutlich attraktiver als das Home Computing. Viele von uns haben ja immer noch keine Playstation 5 zum Beispiel. Aber wer weiß, ob wir jemals eine Playstation 6 bekommen werden oder ob wir dann alle nur noch den Controller direkt an den TV anschließen und die Spiele, völlig egal von welcher Plattform, in maximaler Auflösung direkt in der Cloud berechnen lassen und zu uns nach Hause streamen. Ja, die Chancen sind gigantisch. Aber kommen wir kurz zurück zur Softwareentwicklung selbst. Wir wissen ja, dass Container mittlerweile kaum mehr wegzudenken sind. Man entwickelt auf seiner Maschine, lässt es dann direkt als Container bauen und kann das direkt deployen, völlig egal ob in der Cloud, einem gemieteten Server oder dem Raspberry Pi zu Hause. Container sind also, wenn man sie denn eingerichtet hat, eine Erlösung des riesigen Auf-meinem-PC-Läufts-Aber-Problems. Denn dann läuft es eben nicht nur auf dem eigenen, sondern auf jedem PC. Aktuell gibt es zwei extrem beliebte Dienste dafür. Docker und Kubernetes. Zu Docker habe ich für meine Patrons ja bereits eine Playlist erstellt, die ihr auch demnächst mal bekommt. Zu Kubernetes allerdings noch nicht. Kubernetes hat Docker in den letzten Jahren ordentlich an Schau gestohlen und ist mittlerweile eigentlich schon sehr, sehr unwegdenkbar. Das lag aber vor allem daran, dass Docker sich nicht richtig verkaufen konnte. Für 2022 haben die allerdings nun ein neues Abo-Modell vorgestellt, das dann doch etwas mehr Geld in die Entwicklerkassen spülen wird und die Weiterentwicklung dann auch finanzieren kann. Und Docker selbst bietet damit auch interessante Features. Ich vermute daher, dass Docker wieder ordentlich wichtig wird. Aber Kubernetes natürlich auch. Also lasst euch da nicht verwehren. Das ist beides super wichtig. Ein weiterer interessanter Fall, den man auf jeden Fall betrachten sollte, sind die LCNC-Bewegungen. Low-Code, No-Code. Ihr kennt schon einen Vertreter übrigens. Percepti Labs, das ja eigentlich eher die KI-Entwicklung beeinflusst. Hier klicken wir uns im Endeffekt eine KI zusammen, die automatisch für uns macht, was wir wollen. Wir können uns daher voll und ganz darauf konzentrieren, die Parameter anzupassen, anstatt uns mit irgendwelchen nervigen Syntax-Fehlern auseinandersetzen zu müssen. Diese Bewegung findet auch immer mehr in der Softwareentwicklung statt. Websites, Mobile-Apps und noch so viel mehr müssen ja eigentlich gar nicht mehr unbedingt programmiert werden. Es würde ja eigentlich schon reichen, wenn wir beschreiben, was wir wollen und ein Generator erstellt uns dann so eine Webseite, die wir wollen oder eine App, die wir wollen. Und auf dem aufbauend können wir dann anfangen, die Logik vielleicht noch ein bisschen weiterzuentwickeln, vielleicht ein bisschen Bugfixen zu betreiben und so weiter und so fort. Ja, das könnte ein Trend sein, der es Designern ermöglicht, die Website direkt fertig zu designen und dann muss man nur noch ganz, ganz wenig coden. Vielleicht gar nicht oder zumindest nur ein bisschen. Informatiker wollen ja eigentlich alles automatisieren. Warum sollte man da also vor dem eigenen Code halt machen? Dabei sind natürlich KI-Hilfsmittel wie GPT-3 auch sehr spannend. GitHub Copilot, was GPT-3 benutzt, könnte hier zum Beispiel eine ziemlich große Hilfe sein. Und ich hatte mich ja dazu schon mal kurz geäußert, wie ich mir so einen Prozess vorstellen könnte. Man entwickelt Tests, die definieren, was die Anwendung so können soll und anschließend lässt man Copilot den Code der Funktion generieren, die wir dann zusammenpanschen zu einem größeren Ganzen, was wir Software nennen. Und solange da eben alles stimmt, beziehungsweise solange da was nicht stimmt, die Tests also fehlschlagen, darf Copilot einfach den Code jedes Mal neu generieren, bis eben die Tests nicht mehr fehlschlagen. Das wäre eine Art dochastische Softwareentwicklung mit sehr wenig Code, den wir schreiben müssen. Eigentlich nur noch die Tests. Wer weiß, was da alles noch möglich ist. Aber ja, wir werden sehen. So weit sind wir auf jeden Fall noch nicht. Lasst uns aber noch mal ganz kurz in die Webentwicklung schauen. Dort gibt es ja auch seit Jahren einen Trend hin zu mehr Modularität. Der zieht sich eigentlich durch alles durch, nicht nur durch Web, aber vor allem dort merkt man das. Und das macht auch nur Sinn, gerade in Bezug auf Cloud-Umgebung. Denn eine API, das ist quasi der Inbegriff von Modularität, kann ich viel, viel besser skalieren als einen Monolithen. Dementsprechend wird das nicht weniger, sondern eher noch mehr werden. Da gibt es ja aber mehrere Möglichkeiten, die ich noch in einem Extra-Video, beziehungsweise sogar mehreren Playlists, vorstellen möchte. REST-APIs, die kennt ihr schon. GRPC und GraphQL. REST, wie gesagt, kennt ihr, die klassische API, die State das kommuniziert. GRPC kennzeichnet ein von Google erstelltes Konzept für Remote Procedure Calls, die zur Server-Server-Kommunikation genutzt werden. Und GraphQL ist, wenn man es stark vereinfachen möchte, eine Art Datenbank-Direktansprache, wenn ihr so wollt. Ich denke nicht, dass eines von den dreien verschwinden wird. Das Tolle ist nämlich bei allen dreien, sie sind nützlich für extrem modulare Anwendungen, die wiederum von sehr vielen Teams erstellt werden können, wodurch die Entwicklung besser skaliert. Denn wenn mehr Entwickler an einem Projekt arbeiten können, dann wächst das Projekt schneller. Aber, und damit kommen wir zum Schluss, diese Entwickler fehlen in der Industrie genau, aus diesem Grund eben extrem. Man kann sehr viele Leute benutzen oder einspannen in ein Projekt und braucht dementsprechend auch viele. Daher habe ich heute auch wieder jemanden für euch mitgebracht. GetInIT. Wie ihr vielleicht im letzten Video mitbekommen habt, veranstaltet GetInIT am 10. Februar wieder eine Jobmesse. Ab 14 Uhr könnt ihr dort vorbeischauen. Direkt am Anfang findet ihr auch wieder einen Menschen, den ihr vielleicht kennt, nämlich mich als Speaker. Wobei, Speaker hört sich so an, als würde ich einen Vortrag halten. Daher stimmt das dieses Mal nicht ganz. Ich will nämlich mit euch ein kleines soziales DevOps-Experiment durchführen, wenn wir das schaffen. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Also schaut gerne vorbei. Das Ganze ist für euch natürlich vollkommen kostenlos und anonym möglich. Vor Ort findet ihr dann noch zahlreiche Firmen und weitere Vorträge, die ihr ansehen könnt und mit denen ihr dann natürlich auch schreiben könnt. Darüber hinaus gibt es einen gratis Lebenslaufcheck, den ihr beanspruchen könnt, falls ihr gerade in Richtung Bewerbung geht. Und vor allem gibt es dort natürlich eine ganze Menge Fun-O-Fun. Wir sehen uns dann also nächste Woche Donnerstag. Bis bald.